so da steht er unser clever cleverly zitrönen jumper mit 140 ps wir sind hier am landstrom farbe ist eisengrau metallik wir haben hier die erste nacht verbracht in winterberg gut geschlafen schön ruhig hier und so sieht der innenraum aus hier haben ein kleines gasfach nur die gasflasche fehlt uns noch die wird erst am freitag geliefert dann haben wir hier den kühlschrank den können wir von beiden seiten öffnen licht dann haben wir hier oben noch ein fach und das auto ist am freitag abholen im elften elften ja, so sieht sie aus hier haben wir noch den schickschrank, ist jetzt mit einer an, schwierig, den können wir noch ausklappen dann, wie gesagt, kühlschrank hier noch eine klappe staunfach ohne ende das jetzt die bier zur zündung spülbecken der fächer fächer da ist noch luft und hier unten auch noch mit der anuleiter hier kann der obere einsteigen die passt genau hier in den gang der andere schläft hier unten wir haben beide ungefähr 1,80 x 1,30 ein Heki, das zweite im Bad und das dritte über die nette die lichtermähe auch Toilette Waschbecken schön groß und schön duschen jetzt gehe ich noch einmal hinten rum beim starten fällt die automatisch ein hier im anderen Fenster alle Fenster stufenlos verstellbar natürlich mit Richtschutz und Diengetter hier ist die garage sieht das ganze von hinten aus da unten das Ersatzrad hier ist die Befüllung von Frischwasser jetzt haben wir noch ein Stück von dem Schlauch anzuschließen da hinten kleine LED-Landen mit ich weiß nicht mal ob man das sieht USB da oben auch nochmal Lämmelchen oder man füllt das Wasser von hier oben ein das geht natürlich auch da haben wir hier noch ein kleines Staufach da haben wir hier noch ein kleines Staufach hier ist die Toilenka Resette drin die Anufelgen haben wir uns dazu bestellt dann haben wir eine Dieselheizung das ist der Kamin hier haben wir den Tankstutzen hier haben wir noch ein Trennschalter die Instrumente in Chromoptik hier haben wir noch einen Trennschalter hier die Starter- und Aufbau-Batterie und den Landstrom ach so und dann noch Markise die werden wir auch gleich mal raus fahren das soll es jetzt erst mal gewesen sein